Hallo liebe 96-Fans, wir melden uns heute mal wieder von der Mehrkampfanlage. Nach einer super erfolgreichen Woche mit zwei Pflichtspielen und zwei Siegen ist unsere Mannschaft heute in die neue Trainingswoche gestartet und in die Vorbereitung auf den VfL Osnabrück. Das Spiel steht ja am Freitagabend auf dem Programm. Erstmals heute mit dabei unser Neuzugang Jakar Bijol, dem wir hier im Training ein wenig für euch beobachtet haben und im Anschluss natürlich auch noch fragen, wie es sich denn für ihn angefühlt hat mit den neuen Teamkollegen. Also wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dem heutigen Trainingsreport. Ja, alles war gut. Der Wetter war heiß heute, also war es ein bisschen schwer, aber es ist schön, dass wir mit dem Team endlich trainieren können und das Ganze starten. Jetzt müssen wir gut vorbereiten und hoffen, dass wir die Beste für die Beste für die Beste haben. Ja, jeder hat mich gut akzeptiert. Natürlich, wir waren alle professionelle und es ist immer schön, wenn du zum neuen Team kommst, dass das Team dich akzeptiert. Und ja, ich denke, ich muss alles lernen, aber es ist nur der ersten Tag, aber so weit ist es so gut. Was immer wichtig ist? Ja, es ist immer wichtig, dass wir das Team gewinnen können. Ja? Es könnte es so gut sein, dass wir das Team gewinnen können. Ja? Ja? Es stimmt, dass wir das Team gewinnen können. Es ist immer schön, dass wir da sind. Die Beste ist das wichtigste Ding. Und ich hoffe, dass ich jetzt auf der Beste bin. Und ich hoffe, dass die Fans Die Fans sehen uns wieder ein Wettbewerb auf Freitag.